Ich kann nix sehen. Wo bist du? Auf dem Hochschapfer oben. Wachturm? Ja. Und? Nix. Und? Nix. Fernglas? Äh. Soll ich mal gucken? Nee. Guck mal kurz. Du siehst auch nix, ne? Naja, aber ich würde es vielleicht von oben sehen, weil ich eine bessere Grafik habe. Aber warte, das kommt los da. Das ist ganz da. Oh nein. Was jetzt? Okay. Ja, ich guck jetzt mal. Jetzt hat er das Ding wieder rausgenommen. Mann! Hast du gefunden? Hm? Ne, ist noch eine Anzeigebrach. Jetzt hör ich dir ganz nah. Komm, lass dich ja lösen, bitte. Könnte es nicht auch mal wieder hell werden? Das wäre ja vorzüglich. Wo? Hast du den? Wo? Wo denn? Ich seh dich nie. Da ist nämlich noch einer, da hinten. Ich seh dich nicht. Ich bin da die Straße drunter, da an der Kreuzung steh ich. Alter, chill mal, ich seh hier gar nichts. Ich seh dich nie an der Kreuzung. Jetzt ist der Zombie weg. Ich seh dich nie an der Kreuzung. An der ersten Kreuzung? Ja. Ich steh, ich bin hinter dem Haus gestanden. Aha, jetzt habe ich gesehen, dass du hochläufst. Also die sind da hinten. Kommst du was? Du, kein... Was zum? Wo? Ah, da, 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 da. Soll ich? Ja, bitte. Ich kriege ja nämlich schon wieder... Warte, ich muss, ich muss erst mal... Ja, ich bin wieder blutig. Prozent das war immer ja ich muss aber erstmal ins Visier der nächste ist da Prozent Gäste Gäste kommst du mal ins Haus geh mal ins Haus warte ich muss mich klicken und nachladen fuck it my leg is painful ja ist er gut schieß doch mal es sind zwei da drei vier warte 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 kriegst du den auch noch es packt gerade ein bisschen hier richtig scheiße warte jetzt sind wieder zwei da ja ist gut du musst auf die Straße locken bitte jetzt aber jetzt aber na fucking warte 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 jetzt geht's auf dich jetzt ist gut jetzt kann ich nämlich ins Haus rein das sind drei hinter dir her ne ja jetzt schieß doch mal ich muss nachladen ja ich bin hier im kreis rum ich hoffe wenn ich es nicht auf mich ist es ein bisschen peinlich hä ich hoffe wenn ich es nicht auf mich ist es nicht ein bisschen peinlich es sind wieder drei Mann es sind wieder drei Mann es sind wieder drei Mann und zwei Glutes are damped with blood I can feel blood dribbing danke jetzt ist drei oh nein schon wieder nachladen ja leck mit dem Arsch ey hast du noch Muni? ja ja das ist so wie ich es sehe nur noch zwei ja schon wieder ich habe aber schon ich glaube fünf erledigt insgesamt oh das warst du dann bitte nicht auf mich schießen ja so jetzt sinds noch zwei dankeschön ab ins Haus fuck it ey ja warum hast du noch so lange getrödelt so du hast einen erschossen jetzt komm ich jetzt komm nee ich hab zwei 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 hab ich erschossen ich hab aber nur irgendwas gesehen wo ist wo sind meine Bandagen hier wo sind meine Bandagen zwei drei vier fünf sechs fäng meine Bandagen hin da 100% da so mach hin was heißt rainet eng what oh nein nein oder du bist oh nein oder du bist oh nein du kannst wieder aufstehen ja du bist ohnmächtig ich muss erst mal gucken dass ich hier runter komme fuck it das ist mir noch nie passiert das ist mir noch nie passiert ja ich könnte dich looten Mann Mann das heißt ohne echt das so langsam verreckt oder wie hm das heißt ohne echt das so langsam verreckt oder was nein nein also jetzt ist erstmal die blutung gestoppt ich muss gucken ob ich dich füttern kann oder so nein hast du nur irgendwas was man dir geben kann Sardinen kannst du mir geben Sardinen kannst du mir geben Sardinen kannst du mir geben ah ich höre wieder was ich höre wieder was ich höre wieder was heiß fressen sofort bist du wieder da ich bin energized was soll der scheiß ja ich bin wieder da ja was steht da noch my leg is painful morphin ja wo bist du da mach mal hin aber nicht mir geben sondern dir ne ja ja nie in dein arm hat er es genommen ja hast du die noch die ist doch dort noch drin nein das ist Dosenöffner das war Wärmepflaster ok also jetzt ist dein Schmerz erstmal weg und jetzt musst du gucken dass du Blut erneuerst dann ich bin hydrated und energised ja dann regenerierst du auch dein Blut ok ich glaube ich habe irgendwas weggeschnitzt was richtig war ja meine scheiß Lampe ist auch draußen ne ja so ich habe jetzt noch ein Blut sieben Schuss sieben Schuss ich habe keine Ahnung naja nach ab und zu schuss nachladen so fuck it aber Zombies gibt es in dieser Stadt keine mehr ne ich glaube nicht hast du genug Schlüche gemacht ja noch ein bisschen übergehen dann muss ich jetzt kurz meine Lampe holen so zwei vier sechs acht ach das weiß ich nicht das weiß ich also ich weiß genau dass ich sieben erschossen habe man muss noch irgendwo einmal rumkrebsen dass diese scheiß Lampe jetzt wird ja naja ist ja jetzt wusst ja ja was denn ja das hörbar sagt er hat jetzt keine Verbindung seit zehn Sekunden seit 30 Sekunden das heißt es geht jetzt gleich aus dem Spiel raus ja ich strabe mir jetzt aber auch nie die Türe auf zu machen solange ich hör hier nix ich seh einen ja seh einen ach bewegt sich das Zeug hier mal bitte wenn ihr mich sehr nett ist eh hier rum gemacht Schuss habe ich nicht gehört ich hör hier nix und seh hier nix und ich hör hier nix und seh hier nix und da zwei jetzt kommt der Schuss an ich 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 irgendwas war gerade wieder sehr laut oh fucking ey was denn weißt du wie scheiße laut das gerade auf die Ohren ist was denn was denn die Zombies wie k ja du musst du musst du ma noch du hast du es nicht nur mal du easy come do du ich Alter, jetzt hast du gerade den Randal hinterher geschossen bei mir, ne? Hallo, guten Morgen. Machst du mal was hier bitte? Ich weiß nicht wo sie sind. Ich sehe nichts. Dann bin ich nur zum Horst verloren. Es sind zu viele auf und sagen, es ist zum Kötzen wieder. Ich muss mal bisschen leiser machen, weil das ist jetzt gerade ganz extrem. Oh, ficken ey. Jetzt warst du wieder da. Ich bin kurz erschrocken. Hallo. Was denn? Ja, ich spring hier nie so rum. Also das mit dem Backpapier unten dran, das war eine UTI, die haben wir jetzt gerade festgestellt. Aber ich kann mich wieder nicht bewegen. Es ist zum Kötzen. Ah, du bist am Aufnehmen. Ja, logisch bin ich am Aufnehmen. Haben wir denn das ganze alles gehört? Kannst du ja rausnehmen. Also ich habe glaube ich nur noch vier Schuss für die Mäuschen dann, gell? Ja, ich steige. Also beeinflussen kann ich sie ja nicht. Ich sehe aber jetzt auch gerade keine weiter. Ich höre sie einfach nur, grauenhaft laut. Stehe ich eigentlich da? Ja, ja, du stehst da. Ja, herrlich. Ich kann mich bewegen, aber ich sehe aber schwarz-weiß. Alles weg. Was ist bei dir weg? Äh... Ach du heilige Scheiße, jetzt packt einer hier rum. Vor der Tür, der wollte gerade durch die Wand. Also wenn wir jetzt Türen aufmachen, stürmen sie, ne? Hör auf, mach es nicht. Lass es. Ich muss das nicht nur in die ganze Welt weg. Ja, jetzt ist wieder einer vor dem Fenster. Bei mir. Da ist gerade einer durchgegangen. Wo? Ja, da. Da, siehst du es? Alter. Huch! Huch! Aua! Der will durch die Wand schlagen. Hat er dich erwischt? Nein, nein. So, was machst du jetzt? Ich? Ich suche jetzt einen von den Typen zu erwischen. Weißt du, wie du mir einen Gefallen tun könntest? Kommst du jetzt hierher? Du stellst dich da hinten bei dem Schrank hin. Gehst den Anschlag mit deiner SKS. Mit der SKS. Und schieß drauf nicht, wenn du aufmachst. Ich mach auf. Stell mich seitlich. Versuche mit der Pistole drauf zu hauen. Und du müsstest dann auch mit schießen. Jetzt. Schießen! Abgeschossen. Das war ja nur einer. Nein, das ist Langton. Das war jetzt meiner. Kannst du Strichen machen. Ja, du hast schon eh zu viel gekriegt, mein Freund. Aha. Na ja. So. Alter! Jetzt kannst du aber noch ein Strichen machen. Da kam ohne Vorwarnung, ey. Mach mal wieder, luke dich. Muss nachladen. Oh, da drinnen noch einer rum. Ich muss aber schnell auf. So, ich hab jetzt dann auch nicht mehr so viele Schichten, ne? Mir geht es nicht ganz die Blöe aus. Es ist doch zent. Also den höre ich aufm linken Rohr. Und weißt du, was das blöd ist? Ich kann nicht hier durch, hier durch, hier durch. Und die Dünnen kommen. Zwei sehe ich. Wo? Sind gerade oben durchs Tor reingekommen. Stehen jetzt an der Tür. Würdest du wieder nach hinten gehen? Ja sofort, wenn ich wieder durch das Zombie-Limmel durchkäme Bist du parat? Nein! Stopp! Warte! Was ist los mit? Jetzt passt! Mach auf! Mach auf die Wache! Scheiße! Scheiße! Weg! Achtung! Da kommt noch einer! Ja aber... Ich hab grad... Warte! Bleib! Bleib dort weg! Nein! Ich sag bleib weg! Du hast mich umgebracht! Jetzt hast du mich gekillt! Ich sag bleib weg! Fuck! Fuck ey! Kannst du mich wiederbeleben? Nein! Wenn du tot bist, bist du tot! Okay, was mach ich jetzt? Musst du mich looten? Ja! Na start! Fuck ey! Ich hab gedacht, du wärst dahinten! Nein! Ich dachte, du wärst dahinten und ich hab da geschossen! Oh, Mann ey! Tut mir leid! Ja gut! Ja gut! Kann passieren! Kann passieren! Kann passieren! Das ist freindlich feier, ey! Ja! Sorry, gell! τάglow! Himaru! Vielen Dank.